moin moin freunde na ja herzlich willkommen bei mir beim nordsee griller wieder auf meiner terrasse ich mache heute brötchen cheeseburger brötchen nein keine buns richtige cheeseburger brötchen das heißt hackfleisch eingebacken in brötchenteig wie ich das mache wie ich das zubereite das seht ihr nach dem intro und Dann kommen wir jetzt zu den Zutaten für unsere Cheeseburger Brötchen. Wir haben ein Kilo Hackfleisch, das ist vom Hochlandrind, ja die mit dem langen Fell und den langen Hörnern, dann haben wir ein Paket Bacon, Baconstreifen, Baconwürfel, das will ich mit als Hackfleisch packen, dann haben wir Gurken, Mayo, Ketchup, da möchte ich vielleicht ein paar Burgersauce von machen, das kommt da mit rein, und Worcestersauce auch, Salz und Pfeffer zum Abschmecken und von Watten BBQ die Spicy Gurke. Richtig, richtig gutes Zeug, ich habe da gerade mal probiert, Hammer. Vielleicht mache ich noch eine Klecks Barbecue Suße mit in die Burger Brötchen, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kommt Käse mit rein, ob ich den ganzen Parmigiano brauche, weiß ich noch nicht. Gouda könnte ich noch nehmen. Dann haben wir 16 Knack und Back Burger Brötchen, Frühstücksbrötchen und ein bisschen Bautzener Senf und eine Zwiebel. Ja, und dann können wir gleich mal loslegen mit zusammenbauen und anbraten. Ja, die Zwiebel wollen wir besonders klein und fein schneiden. Für das Hackfleisch, die wird vorher angebraten. Oh, das ist eine braune, die ist innenbraune. Gut, schneiden wir weg. Und dann nehmen wir vielleicht noch eine kleine Zwiebel dazu. Ich kann dann hier mal das wegschmeißen. Ich kann hier mal das wegschmeißen. Das kann ich alles zeigen. Ihr wisst ja, wie man eine Zwiebel schmarrt. Eine kleine Flocke Butterschmalz. Und dann werden wir gleich den Beken auslassen, die Zwiebeln dazu. Und das geben wir dann zum Hackfleisch. Das ist wie die Füllung für unsere Brötchen. Das ist einfach das Schöne, was es gibt auf dem Bekenkrab. Dann nehmen wir uns die Zwiebeln und geben die damit zu. Und ich freue mich drüber, wie das duftet. Ich habe es jetzt bei der mittelgroßen Zwiebel gelassen. Ich habe nichts mehr dazu getan. Das müsste aufreißen. Oh. Oh, das duftet. Oh. Oh, das duftet. Herrlich. So. Wenn ich die Plättchen mal ausschalte. Ich werde noch ein bisschen weiterbruchstellen lassen. Dann hätte ich schon mal die Gewürze holen. Das hat Quatsch. So. Hier haben wir noch Burger Spice vom Ankerkraut. Das hatte ich noch. Und dann brauchen wir das auch mal nehmen für die Burger. Gucken, was wir da reinmachen. Schöne Farbe hat das ja. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen kneten. So. Dann können wir jetzt schon mal den Beken ran machen. Beken und die Zwiebeln. Ich hab ein bisschen. Burger, gebürt. ich denke mal das macht sich gut mit dem bacon jetzt haben wir das hackfleisch geknetet mittlerweile haben wir auch schon richtig gut bindung stellen wir das beiseite und wird mit uns dem tag da muss ja noch käse haben muss ja erst doch der krise die freunde haben den parmigiano und den reiben wir jetzt frisch in den in den teig in die hackfleisch masse laut originalrezept 150 gramm das ist das ganze stück obwohl zu viel käse so freunde ich glaube das habe ich über 150 gramm ich glaube das lasse ich auch ich glaube das reicht so nehmen wir uns eine schale ein bisschen mayo rein ein bisschen ketchup ein spruchsenf und etwas gurkenwasser und dazu kommen gleich noch ein paar gurken schneiden wir uns ein paar gurken auf mit cornichons erst in Scheiben dann in Sticks und dann in feine Würfel oder in Sticks je nachdem so die gurken klein geschnitten mit dazu getan das ganze würzen wir jetzt noch mit etwas salz und zwischen schwarzes fenn und zwischen schwarzes fenn und zwischen schwarzes fenn das sieht ja schon aus wie eine burgersauce so gut alles klar dann weiter zum tag so dann öffnen wir mal die Sonntagsbrötchen ich dachte schon ich kann das nicht aber irgendwas kann jeder 3 3 6 8 jawohl so nehmen wir uns mal so ein Brötchen und machen wir das mal ein bisschen größer das geht ja schon mal gar nicht so schlecht und wir brauchen kein Mehl das gefällt mir ganz gut so dann geben wir mal dabei nehmen wir uns unsere Masse und machen wir das mal ein bisschen andersrum ein bisschen Soße ein bisschen Hack ein bisschen mehr ein bisschen spicy Gurke und ein bisschen Gouda so von einer Seite schlagen das fast ganz über und dann schlagen wir die andere Seite fast ganz zurück und drücken das alles ein bisschen an die dritte Seite hoch schlagen dann ein bisschen Eigelb vorbereitet als Kleber sozusagen schlagen wir die vierte Seite zurück drücken wir alles ein bisschen fest und dann packe ich ihn in die Schale auf die Naht nicht so Brötchen an Brötchen wenn es geht und das mache ich jetzt mit den anderen und dann dreizehn noch gut so ich hatte ja den Brötchen ganz hoch geheizt jetzt habe ich mal die kleine Kammer und dann probieren wir das mal mit den ersten sechs aus 250 Grad hat er noch wo wir die Restwärme ausnutzen alles klar er kommt ein Mann und seine Handschuhe und Neidschuhe Freunde das sieht schon mal sehr gut aus erste Chance zweite Chance und das sind die letzten jetzt werde ich die noch mal mit ein bisschen Ei einpinseln einmal habe ich schon und ich werde noch mit Sesam bestreuen das gute Black and White von der Gelsche und die sehen gut aus da läuft doch schon Ei aus vom oder Fett vom Hackfleisch der große kriegt noch eine Käsehaube das sieht doch sehr gut aus ich würde sagen die ersten Brötchen sind fertig meine Familie hat schon Hunger ich möchte sie auch probieren schauen wir mal so Freunde ob ihr das glaubt oder nicht das riecht hier richtig nach Cheeseburger ich bin jetzt zugesperrt ich bin jetzt zugesperrt Freunde ich glaube das ist ein gelungener Versuch ich weiß nicht ob ich das probieren kann so heiß wie das ist das werden wir glaube ich noch kurz auskühlen lassen Freunde ich habe ihnen jetzt mal vier Teile geteilt man könnte ihn jetzt füllen mit Salat mit anderen Soßen Käse was man möchte ich nehme einfach von meiner Burgersauce noch mal einen Löffel und ich sage auf euch was soll ich sagen der Hammer der absolute Wahnsinnshammer 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 Freunde das müsst ihr nachmachen das ist sowas von geil so relativ einfach bisschen was mit dem Wickeln und so aber die Soße ist einfach so ein Relisch nimmst du Gurke oder Dänisch Gurkensalat Pottokgurken und Hackfleisch gewürzen das ist Hammer mega lecker klare Nachmachempfehlung so Freunde und wie immer an dieser Stelle wenn euch das Video gefallen hat gebt mal einen Daumen hoch aktiviert die Glocke dann seht ihr immer meine neuesten Videos Abo kostet auch nix netten Kommentar und einen Daumen hoch ne oder zwei alles klar dann sehen wir uns vielleicht ja nächste Woche euer Nauser Griller Nils